Was ist der Bier? Du hast schon verloren. Ich hoffe, es ist noch vorhin halt. Superbame! Superbame! Ich bin mir so wütend. Ich habe ein Fehler aufgetreten. Die Eva im Brunnenkopf ist unser Plan gewesen. Lass mal ein grandes verschorenes Zwillinge endlich mal auszutauchen. Überraschung! Überraschung! Der Chamber of Secrets has been opened. Er muss jetzt gegen einen Schlang kämpfen. Das kann man immer brauchen. Zum Beispiel für Juppie Nudeln! Das ist der Riedel. Ja, ich muss jetzt zum Riedel. Schätzlichen Scheiße! Das ist der Riedel. Das ist der Riedel. Ja! Das ist der Riedel. Ja! Das ist der Riedel. 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 Ich glaube, ich weiß schon was hören. Ja, ein bisschen, ein bisschen Volkstanz für den Mann. Ja! Das ist der Riedel. Das ist der Riedel. Das ist der Riedel. Ihhh! Riedel. Interessiert? Wie werde ich Multimillionär? Da bitte noch her. Komm vor den Weg! bet something. We cerveau Nancy! Woh. T�eeUnter. Woh. Jodohny. Ich bin nur Anneg curso. Komm. Grittãos maritime. Magic. Mel. assistant ops my side face. Nein, nein, da geht es wieder raus, glaube ich. Du fangen mal. Rentsch. Okay. Du? Passt nicht. Aaaaaaah. Es ist so kalt für die Uhr. Ah, schätze, passt nicht. Der Blick ist gut. Ach so, stellen wir uns irgendwo hin. Ich bin ganz hoher wögen mit dem. Nikola, du musst du mit. 3, 2, 1, go! Beine, Beine! Sicher das! Hahaha. Was ist schon ein Hit? Ah, das ist Lander! Ah, ihm! Die brachte Brunnen. Der liegt Lander. Ah! Feil. Was ist denn los? Ja! Bitches! 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 Ich wurde rausgekappt. Ohne 5 Jahre. Ah! Haben Sie den Motor ja gar schon viel verbringen können? Nein. Ja. Da sind die Once мин. Nein! nelle票. Stig desfasste. Ja! Mach mal obama ... Nein, der herm gathered! Hah, fuck. Ha, fuck. Wen-eri desto gynnig, Nein, es geht gut! Nein, es geht gut! Na! Na, das ist mal alle nach! Na, du bist drauf! Nein, Lukas, du bist drauf! Warte! Schür, du bist rein! Wuhu! So schwer, die Dien treffen! Jawohl, Lukas, Felix, nur dann ist es drauf! Sie sind noch in der Reise! Was du mit dem? Welche klimas? Wuhu! 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 Michi, pass auf! Schau mal, wer da hinten geht. Doch! Ich bin cool, dass der Blum auf die Welt passiert. Jaaaa! Komm rein! Das ist auch heiß. Nein, das ist... Ah, du kriegst Karte! Nein! Woa, woa, woa! Woa! Ich wollte Baita wen! Es geht! Geht? Ja. Nein! Und ! Fertig! Und das gibt's nicht! Jetzt willst du sehen, weil das gegnerische Team keine Leute mehr hat. Jetzt sind wir gearscht. Ich muss umgehen und holen. Aaaaaah! Ja! Fuck! Geht schon, Flo! Flo, du musst das machen! Wo ist der Dibel? Wenn man zurückgefallen hat, ist der Reinhard kommt bis zur Letztung. Das ist eine gute Idee mit der Kruppe. Ich find's schon. Ich find's wirklich gut. Die wird voll runtergequetzt werden. Nein, nein, nein. 2, 1, los! Fuck! Ja! Doth, doth! Doth, doth! Doth, doth! 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 Doth. Das gab'n Runds, g'lapp! Ja! Jaaa! Wir brauchen... They call him the last Kniggler. He is the last of his kind. Look at his reaction. He is used to being raped all the time. That's why he don't like to get poked. Zerbrechen oder sowas. TOOOOO! Ja, hab ich schon. Tomenüsken! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Werden jetzt die eigenen angeschossen? Patrick! Patrick, du! Ja, geht! Ah! Aber ich hab zuerst geschossen. He, bin ich? Ja? Auf 3. Warte kurz, ich muss noch nachladen. Auf wen, auf wen? Auf Oman! Achtung, fluch, fluch! Nein, das tut mir so. Nein, das tut mir so. Bleiben! Baudum, baudum! Du kannst doch stehen bleiben und nachladen. Wir sind so sück. Will ich losen? Nein, nein. Wir haben keine Brille. Wir haben keine Brille. Ich bin so süß. Hahahaha! Hahaha Abwechslung ist auf vierte Räufe Auf dem Baste Wuh! Ja Hammer Hahaha Hüse 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 Das geht so nicht Hahaha Mensch mach eine Formation Hüse 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 Ah Hüse 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 1, 2 und jetzt 1, 2 und jetzt 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Guck mal Du gehst nicht ums Wohin, du gehst ums Kina Alles gut Ja, wo ich zwar Wer war vom gegnerischen Team vorher? Ich kann nichts mit solchen Verrätern anfangen, wie man euch tut. Loot! 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 Brauch ich nicht? E... E... Ich spüle da Goldtiplonen. Ich hab ja eine schon gehört. Pfff, saubere Kuvert. Ja, ich hab ein nebengang. Ernsthaft? Ich hab's ja konnt's lesen. Was? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Bringt ihr Golderscheinbaum für mich! Was? Na, es hat's... Warte, stop es! Ich hab's gesagt, es gehört zu mir! Es gehört... Bringt's euch, holt es selber um! Boah, da ist er! Boah, da ist er! Arsch! 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 Sonnenstich so... I'm leaving now. Ooooooh! 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 Idiot! Ooooooh! Ooooooh! Was ist das denn schon viel Nachentreffern? Und du hast doch auch nicht geschossen! Oja, was ist jetzt? Oja, was ist jetzt? Oja, was ist denn? Das ist jetzt auch zu oft erwähnt gehabt. Ja, genau. Da hast du einfach nur, dass du motiviert bist. Ja, weil die Ange... Ja, weil die Ange... Und dann war die Ängste entlang, hey! Das war ja komisch! Aber war ja komisch! Oja, dass du jetzt auch ein Festmaul kriegst. Du musst jetzt Rust-like Holz sammeln für eine Lagerfeuer. Und mit dem zeigst du dann mal eine Lagerfeuer machen. Natürlich brauchst du nicht nur Holz und eine Lagerfeuer, sondern du brauchst auch... So ein Weitel-Kit. Nein, nicht das da drinnen. Du musst da auch Fisch sehen. Ich hab zuerst beim Vierer gesehen, dass da in der Richtung... Riedl, Riedl! Jetzt weiß man, warum ein Riedl einspüren heute ist. In der Richtung, schon der Platz. Dings da da ist, wo ein verletztes Ding... Ich hoche weit weg. Nein, der Michi. Nein, der Michi das Ding. Der Michi der ersten Ding. Nein, nein, nein! Der Michi der erste Ding. Der Michi der erste Ding. Nein, nein, nein! Ich hab das nicht gerecht, ne? Also, ich sammel jetzt mal, ich mach's schon. Ich will kochen? Ja. So, das war das wie am letzten Tag. So? Ähm... Jawohl, da ist was drin vielleicht. Ich packe das nicht. Das Wasser ist viel zu drüben. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es gibt wohl nicht, ja. Wir gehen dabei mal grün. Ja. Schlafen gibt es erst morgen wieder. Was ist denn das? Puh, was ist denn das? Noch ein bisschen. Nein, nein, warte. Bier? Ja. Ja, Schopper. Ein paar Bier irgendwo? Jetzt sieht das andere aus. Was noch nicht erlegt hat. Ach so, stimmt. Nein, ich habe schon gesagt, er muss nur fein zbrochen, grünen wir dann oben. Aber ich habe ja mal gesagt, dass er es auch von einem Kahn schon verletzt hat. Nicht. Das war halt, ich sag ja. Das Kondom brauche ich noch. Jetzt muss ich noch etwas drauf über das Plamm. Ja, weil, du musst jetzt schon etwas zum Essen finden, solange der Plamm noch brennt. Ja, weil... Was ist das? Das hier. Das hier. Ja, wie beim Speerfischen. Ohhhh. Ohhhh. Spinden und Luten. Anschleifen. Bis morgen. Das ist auch schon gemein, weil da unten ist ein Stall. Ciao, Stefan. Jetzt sind wir zwei Spinnen da drin. Ich weiß nicht. Ich muss mich hoffen noch anspitzen, dass ich es will. Oder leg die Kuh auf. Mit einer Basse machen oder was anderes. DJ Karate. Jetzt gehen wir da. Du hast gerade gebrannt. Da sind wir gerade. Da ist, da ist, da. Es ist das geilste, der Hügel, der ist von Spinnen über... Ja, es ist schon tot. Ja, es ist schon tot. Ich muss Scheuer legen, oder? Okay, dann erlegs. Besser toppen, wie bei meinem Kondom. Ich hab mir gerade noch was daheim. Meine Frau, jetzt kann ich mich noch gucken. Ja, wo ja. Ich will jetzt wegschauen. Sonst sieht man die Haut an, man dreht sie einfach so drüber. So. Ja, man hat jetzt auch was zum Schlafen. So. Das ist die beste Zeit. Bis jetzt. Hier. Halt noch eins, sag auch noch. So, dann bitte. Gibt's einfach Wasser, oder? Ja, aber jetzt geht er. Boah. Ich hab dir gesagt, ich mach die Location. Perfekt. Da kommt mir nicht mit der Hand hin, oder? Nein. Blumen ist doch was. Das ist wichtig sein, ich will nicht. Hallo. Ich bin Flo de Baal. Ich bin Mathe. Ihr Waisen, könnt ihr mir helfen beim Übersetzen dieser Schrift? Das müssen wir anschauen. Ja. Ich glaub, das können wir bis jetzt. Oh, okay. Okay, Moment. Ich muss durchlesen. Ah. Oh, okay. Hallo. Hallo. Hat dich gedacht. Nein, 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 nein. Haben Sie einen geblendischen Anfang? Ja. Schatz vergraben, in Schalcharum, vier Teile der Schatzkarte. Warum lest du hier so? Hier werden kann man ein Badetuch. Soweit ich es verstehe, gibt es hier einen Schatz irgendwo. Vergattet ihr. Und es gibt eine Schatzkarte aus vier Teilen. Ja. Und hier steht nur, wo die erste Schatzkarte ist. Und zwar ist sie in den Händen des Roten Bösen. Aber Vorsicht! Das Rote Böse ist viel zu stark und es ist echt zu besiegen. Das heißt, wenn du diese Schatzkarte willst, musst du das Rote Böse in einer virtuellen Simulation besiegen. Aber weiter kann ich dir nicht helfen. Wenn du jetzt irgendwas zuckst, willst du aus dem magischen Beutel von Marco da hinten einen Namen zählen. Wo ist Marco der Film? Wo ist er? Wo ist er jetzt? Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Ich weiß nicht, wo oben ein Bier ist. Das ist so ein bisschen hart. Ah, da steht er aus. Ah! Wo muss ich überlegen? Michi! Wieso, ist es ja der Michi? Nein, wirklich klappt gar nicht geil! Du bist da! Michi, du spielst da! Was muss ich denn bitte tun? Du musst den Grander abwärmen! Du musst den Grander abwärmen! Der darf nicht zu dem Thron! Ich hab keine Ahnung! XC Du bist das kleine Viech da! Jetzt mach ich doch da! Wie ein Scheiß ist, du XC? Es wird mich einer nicht versteht schon! Weil ich am Heißen hab! Hallo? Ja, der Grander checkt's überhaupt nicht ab! Haha! Komm nicht raus! Ah! Die Lieder! Nein, du hast es noch reinkommen! Ja, ja, ja! Einnehmer musst du sie haben! Du hast ihm das aber auch nicht gesagt! Ja, aber... Wie tut man das Buch heute? Ja, so nicht! Falsche Richtung! So nicht! Ja, und jetzt schauen, was da drin ist! Ja, wie schaust du denn? Du musst schon was suchen! Was schaust du denn? Du kannst dir einen nähernden Bildschirm gehen, was das nicht passiert! Ja! Geh einmal zum Bildschirm! Genau, Mann! Geh einmal zum Bildschirm! Schau dir einmal die Buch genau an! Ja! Sitzt die Feuer direkt davon! Du! Das war doch gut! Ja! Also, die gute Nacht ist, wir haben den nächsten Hinweis. Wir haben gerade durch diese Anstrengung viel zu wenig Mana, du hast keinen Mana mehr aber glücklicherweise bist du Hexenmeister und der Hexenmeister hat so eine Fehlgehert von Adelaus. So bist du aufschnittst. Nein, aber ich glaube, ihr habt zumindest gehört von deinem Gelegenheit, was du schon mal gemacht hast. Du kennst ja den Lebensbalken vom Meurius. Der ist rot. Bei Adelaus wird der bekanntlich weniger, oder? Ja. Genau. Dein Lebensbalken wird dargestellt als vier Tomaten. Du musst drei von den vier Tomaten jetzt opfern. Und zwar mit dem Adelaus, den du am vierten Treffen vollzogen hast. Bloß nicht den vierten, sonst bist du an. Wie kaputt müssen die sein. Du musst mit dem Kopf drauf. Ganz kaputt. Wie damals. Wie damals. Wie damals. Hast du gerne von Zettel? Ja. Ah. 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 Das macht dieses Spiel. Es ist immer wieder ein paar Pfeifen. Ich weiß nicht, dass du es so einfach an den anderen Video anklangst. Du bist so einfach an den anderen Video, oder? Ja. Der ist ja auch sehr. Den nächsten Teil ist der andere Direktionen. Der hat ja auch ganz klar mit Träger. Der ist kein Magier, der ist ein Hexenmeister, das ist ein Magier. Ich spüre die Erschütterung der Macht. Das ist dein nächstes Ziel. Ja, was soll das denn? Ich muss dir jetzt holen, ich muss dir jetzt holen. Was? Die ganze Aktion geht jetzt wohl in den Ofen. Weißt du, wir sind da? Ja, da ist der Birkelbauer. Ja, ja. Der Fußballplatz ist eben, oder? Ja, warum habt ihr mich gehofft? Ich hab geschlafen gerade mit meinem Erdbrachen. Das ist ein Stab, bitte. Paddeln wir mal los. Der Weltenkristall. Wirklich? Wie ist das? Ich hab ja schon gesehen, es war selber zum Auszutreten. Nein. Dann gibt's halt noch ein paar Stab und Marken, aber ich hab ja viel gesehen. Ja, um was geht's eigentlich? Ich würde jetzt gerne einen Schatz aussehen, junger Mann. Und ich muss da mitkommen? Ja, ich weiß, scheinbar schon. Ja, ich war im dritten Teil der Schatzkarte. Okay. Kann ich meine Kutter hier lassen? Nein. 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 Okay, dann lauf uns gehen. Okay, dann lauf uns gehen. Nein. Nein. Eigentlich so. Ja, gib mir jetzt mal. Damit ihr nachher nichts siegt im Wald drinnen. Ich hab ja die vierte Kürzehörbe angeschlossen. Hä? Ich hab mir Licht. Das ist weniger Licht. Ein langes und ein kleiner Stück. Ich hab ja das versenkt. So, irgendeiner muss da hinlechten. Weil ich muss da hinlechten. 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 Ja, ich hab ja so viel Angle. Jetzt hat er gekannt ignoriert. Was? Was hat er gekannt ignoriert? Die Angle. Was? Wer ist der Angle? Wo? Ist der Hinwest. Ist der Hinwest? Ja, wo? Ja, 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 ja. Er schafft. Oh! Oh! Jetzt auf da! Jetzt auf da! Jetzt auf da! Oh! Blablabla! Jetzt da auch angebaut. Ich bin ein Wum. Was ist da? Ich bin ein Wum. Was ist da? Ich bin ein Wum. Das stinkt nicht. Es bleibt ein Stinken. Für das war jetzt der Pfeil praktisch. Oh! 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 Rechts hoch groß! Achso! Wo ist der? Du bist der Hüppi oder der Knopf? Also, Brent! Brent! Du hast dich schon ausgekennet. Du kriegst nochmal. Bist du? Felix ist vielleicht ein bisschen hell da. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da! Da, 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 da! Da, 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 da! Haselnut Staden habe ich gehört! Haselnut Staden! Das findet man, wenn der Mensch hinter uns in der Gruppe steht und einfach mitlacht. Hallo, mein Name ist Crocodalanta und heute jagen wir das gefährlichste Tier in der Natur, das Hippie. Hippies ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen und deswegen werden wir es mit Pflanzen anlocken. Wir machen den amerikanischen Hippie-Ruf. Peace! Peace! Don't slaughter the animals! Oh no! Korea was a wrong choice to attack! Habt ihr das amerikanische Hippie gehört? Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Bluffschrei ist oder ein Schrei der Angst. Wir müssen uns gegen den Wind nähern, denn sonst kann es entwickeln. Hippies riechen Fleisch auf sehr weite Distanz. Peace! Peace! Oh! Oh! Bewegt euch ein bisschen leiser! Bewegt euch ein bisschen leiser! Geht an! Geht an! Geht an! Oh! Ich hab jetzt... Leute, leuchten sie in diese Richtung. Sehen sie... Hippies sind wie Rehe. Wenn sie angeleuchtet werden sie bleiben stehen. Mitten auf der Straße. Einfach ein Tipp von mir. Gas geben. Ich bin tot. Seht ihr... Ich glaube... Seht ihr dieses Exemplar? Mit dieser prächtigen Mähne lockt es seine Weibchen an. Was für ein Exemplar! Oh! Es verraucht einen Joint! Es verraucht einen Joint! Es ist gerade beim Rauchen, beim Rauchen, beim Merken, amerikanische Hüppies, gar nichts! Was für ein Exemplar? No! In eine Sekunde... Ah! Ja, ist was? Ja! Ja! Schatz! Doch Peter! Ich bin tot! Ja! Das ist nicht so wie alt ist, ich bin darüber, man sofort in die Formaschtheit. Wir müssen wieder in die Formaschtheit sein. Ja, 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 ja. Das ist das amerikanische Hippie, der zu seinem Unterschluck geflucht hat und bringt es sich sicher. Seht, wie friedlich dieses Tier gestorben ist. Und jetzt, wer kennt das Motto dieser Show, wer es fängt, darf es für gewaltig sein. Komm her, komm her. Hör die Kamera aus, bitte. Nichts wegen Jugendschutz und all dem. Der Scheidler. Meine Arbeit ist getan. Tja. Necker. Wieso? Hier fehlt was. Was fehlt er denn? Ja, weil du sie jetzt aus dem Arsch hast. Ja, ja, ja. Bench, du darfst wieder aufstehen. Applaus. Sportliche Performance. Ja, du meinst. Ja, du willst doch mal der Pfeil. Du stehst drauf. Du stehst drauf. Ja. Ja, den Boden fahr ich jetzt. Was, wieso alles? Jetzt fahr'n wir ihn über. Was, wieso alles? Ja, das ist schon klar. Hat Bench noch Fotografen gefunden? Ja, gegenüber der Schmitz und der Bärtschef. Ich muss zu den Schmitz. Schätz' ich mal. Ja, du musst deinen Schatz finden. Ja, ich schätz' zu den Schmitz. War der für die Jacke auszunehmen? Ich bin da gegen's. Ich hab' ein Schwandel da, ein Kilometer vor. Ich hab' ein Schwandel da. Ich hab' ein Schwandel da. Das ist ein Lied. Wirklich? Ja, oder? Ja, oder nicht. Ey, du sitzt da auch nicht so. Warte einfach, du verpasst. Hier, geh' auf. Und wo sitzt da vorne so? Nein, äh, äh. Die kennen dich einfach gut. Die wissen, dass du... Les' einmal vor. Les' einmal vorlesen. Eine gute Ehe funktioniert nur dann, wenn die Frau blind und du Mann taub bist. Wir halten die schönste Art, Probleme zu teilen, die man vorher nicht hatte. Ehe ist gleich gegenseitige Freiheitsberaubung in beiderseitigem Einvernehmen. Ich muss jetzt echt Olle vorlesen. Ich muss schon aufgehört auf ihm dran, ne? Ja, ja. Ah. Lass' einmal aufhören mit mir. Ja, ja. 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 Gibt mir einen Trank der Erleuchtung. Ja, gib mir einen Trank der Erleuchtung. Ja, ja. Das ist ja nicht schön. Da wollen rauschen. Ja, was hätte er das kriegen können? Ja. Das muss noch wirken. Aber ich glaub, da brauchen wir einen Zweiten. Ob da nicht ein Zweiter weiterhört. Dann zeige ich mir den Weg. Da hinten läuft's. Ja. Ja. Mach mir wirklich noch mal Zeit. Ich hab' ihn süferdünnt. Muss ich jetzt euch einen Kompost umkramen oder was? Ja. Ja. Das ist hinten egal, ja. Ja. Ne, brauch ich einfach einen Bissern. Nein, einen besseren Trank. Ja. Warte mal, ich muss mal schauen, wie richtig das ist. Haaaah! Hast du überhaupt schon alle vier zusammengestückelt? Nein. Ich glaub, ich brauch nur einen Trank der Erleuchtung. Äh, ja. Ich glaub, ich brauch nur einen Trank der Erleuchtung. Ah, da muss noch einer her. Er stückelt einmal alle vier zusammengestückelt. Vielleicht folgt er hergang. Vielleicht hilft's auch. Wenn er nicht einmal das vierte Stückel von der Karten fährt kommt. Dann hast du ja im leuchtenden Trank, glaub ich, wird's. Ah, Trank der Leuchtung. Ahhhh! So, und jetzt... Jetzt schau einmal. Ja, jetzt schau einmal. Jetzt wird's wenig. Ziemlich hell da. Ja, wird's ja ziemlich hell da. Was? Ja, extrem hell. Ahhhh! Achso. Dieses unauffällige Zeichen zum Schatz zu führen. Das ist echt ein Hupen krummlos. Ja, ja. Das ist unser Fässig. Was? Was? Big Brautschies Irish Pub? Wo hieß denn Big Brautschi? Echt? Kann man jetzt wirklich mal was lieben für das? Da kommst du dein Polter runter! Mach mal den Applaus! Ja! Aus der Schusslinie! Aus der Schusslinie! Ha! Ich bin in der Schusslinie! His Dad! You know that I like it, all you balance to the bank You know that I like it, all you look at me You know that I like it, cuz you're sexy You look like you brought me Wrap me in Watch us give it angel right Sing on the急 langin wept Shipping shotgun mama Das war's für heute. Sofos, Sofos, Sofos. Let's go. Sofos, 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 Sofos. Sofos.